ja und die kommen irgendwie oben Oh Gott, guck mal, da ist ne riesen Mab, ach du Scheiße Ahi Ach komm, ey! Ich bin runtergelaufen. Ich bin runtergelaufen. Das, 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 das Cheatmannsens. Äh, 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 nicht cheaten. Oh, toll. Oh, fest. Das Lime. Yoshicho. Alter. Oh, da kommt deine Lieblings-Ecksprünge. Nein! Ah. Weil ich glaube, ich stelle hier kurz zwei Betten auf, oder? Ja, das ist klasse. Komm. So. So. Alles klar. Weiter geht's. Oha. Weil dann spawnen wir immer da. Ja, weißt du müssen wir nicht immer hochfliegen. Weil dann brauchst du ein Game oder auch nicht. Ja, ha. Bah, und bah. Warst du an deinem Ecksprung schon? Oh nein, wir sind kein Eis. Nein! Ich hab's nur mal... Ah. Ich hab's auch schon gesehen. Das liegt drinnen. Na man hat nur noch eine. Scheiße. So. Was? alles klar schon wieder abgekratzt so Alter, bist du wieder fertig? Ja, Leute! Äh... Hm? Das wird der Magma-Küppel Mh... HUUUH! Hahahaha Alter, wie riesig ist der bitte! Der ist eine große... Scheiße! BANG! Mh... 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 beim Slime-Schwindigkeit so, dass das nur der große Schaden macht Leider auf die Viertesten Du bist... Du bist da oben und die kriegen dich nicht kaputt oder was? Mh... Komm auf! Mann, ey, jetzt gibt es nicht... So nubig wie wir grad sind... So nubig kann eigentlich bloß ein Paddy sein, ey... Wie kann man denn... Scheiße! Wie kann man den Sprung nicht schaffen? Oh, das gibt's nicht! Komm auf! Spring! Jawohl! Spring doch! Jawohl! Das ging nicht! Okay! Okay! Wie weit kamst du eigentlich schon... Mal... Das gibt es nicht! Das gibt es einfach nicht... Was warst du beim Eis schonmal? Äh... Mh... Oh, Leidensprünge... Deine Lieblings... Challenge! Armarsch! Pfff! Ich krieg's gleich überhaupt nicht hin... Obhaupt irgendeinen Sprung zu schaffen! Siehste! 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 Was beim Grund? Dass es deine Leiter hat... Oh, man muss sagen... Dreimal hintereinander! Ja, ich wollte das... Testen, was ist es? Okay... Ich bin beim Spotpoint. Au posterior! Woah! irgendwo hin teleportiert erst gespawn-pointed weil da ist jetzt ein Slime heavy be careful ja sicher also ich bin hier beim Spawnpoint ich 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 gehe erst mal in Game Mode und guck dir zu der Partie ist bestimmt sehr weit weil das hier bin ich noch gar nicht gekommen das sind einfach nur sind eigentlich nur noch einfache Sprünge äh willst du mich verarschen? nein ist alles einfach das ist Eis du musst du höhle ach so ich bin hier du musst alles nochmal von vorne machen lol du hättest dich doch töten lassen können ja mal langweilig nicht man schützt es nicht mehr aber echt ein bisschen gut nachdem um 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 was ist das Prozent Apfelhure ja ja also für alle Leute die das nur nicht kennen äh klickt mal auf www.apfelhure.de es ist länger als 10 Minuten wer 10 Minuten schaut dann besser als ich nein du hattest sogar 20 oder so ich weiß nicht mehr auf jeden Fall was lange ziemlich lange das ist interessant aber wie nur mich du eigentlich bist das ist das ist das ist welches Level bist du jetzt eigentlich schon äh 70 Alter ich bin ich weiß noch nicht mehr aus aber das ist das ist das ist das ist das ist das ist ein um wach 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 wo kommen die ganzen Erfahrungsflächen her wach 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 Zbocken das 8 die Flüchtlinge ansehen wegen Mio Rekord Lorten in der anderen Stützmann muss man nicht so laut die sich für übel dort bei dir er ist allgemein Tiers er ist auch laut hat und so und sag mal noch mal was ja, du musst was sagen ich glaub der wird einfach bloß die Aufnahme stören, oder? ach nee doch jetzt weiß ich doch das ist ein Schwein ich geh mal ein bisschen Monster töten hier unten bis du mal fertig bist sag mal wie weit bist du beim Eis? ja ja Gott das ist alles zu lange springen das ist alles einfach total easy obwohl ich Eis hast eine Kiste die ist leer